Die große Kluft. Die große Kluft kriege ich immer schon überwunden. Na, noch kein Angreifer? Äh, was? Was war denn das? Muss ich mal die Kluft zu bekommen. Schwebefähigkeit. Aktiviert's. Ja, was denn? Ähm. Mit großer Kluft. Das schaffe ich nie. Wie soll man da denn rüberkommen? Hm. Okay. Das Level ist ein bisschen... knifflig. Versuche erst ein... Level hoch zu... steigen. Du kannst hier... EXP farmen. Ah, okay. Und dann kann ich fliegen, oder was? Okay. Ihn hier besiegen. Ich weiß nicht, wie wir ihn besiegen können, aber... Verdammt. Genossen. Ausweichen können wir ihm. Verdammt. Das wird immer tricky, girl. Hopps. Verdammt. Ich werde ihm Schaden anzurichten bringen. Komm, was? Ausweichen müssen wir ihm. Verdammt. Ich dachte, das springt über mich. Na, komm. Bisschen Schaden. Mach ich dir trotzdem. Verdammt. Getroffen. Verdammt. Dann musst du rüpfen. Ihn nach unten lenken und dann rüpfen. Sehr gut. So geht's auch. Verdammt. Hüpfen vergessen. EXP farmen. So viel dazu. Hops. Wir müssen aber auf Meeres gleichzeitig achten. Verdammt. Ich war schon weit. Was auf drei Sachen gleichzeitig achten, was spinnen. Auf den Teufel. Und auf die... Ponys hier. Die Dämonen, die hier oben hören. Hups. Hups. Verdammt. Da war der Stock am Weg. Zum Glück gibt's ja keine Nebeln mehr. Aber irgendwann will man's auch abgeschlossen haben. Da würde ich dreifach springen. Verdammt. Das hat mich zu sehr auf die Dämonen konzentriert. Zack. Zack. Verdammt. Hups. Verdammt. Den musste ich besiegen. Ah, Dreck. Das wird schwerer, das Spiel. Ja. Ein Wunder. Das Spiel wird schwerer. Verdammt. Na komm. Das kriegen wir noch hin. Ganz ruhig. Verdammt. Reingesprungen. Die Musik lenkt auch ein bisschen ab. Die Musik ist schuld. Der Prio 1 erstmal hier rübersprungen. Diese Prio 2. Teufel Prio 2. Der Prio 3. Verdammt. Ich kann nicht gleichzeitig ausrechnen und hier über den Stopp springen. Hier nur das so. Verdammt. Verdammt. Das wird nix. Oh, doch. Das wird was. Verdammt. Das braucht auch ein wenig Skill. Und wann hat man's? Und wann lernt ich's auch? Zweimal hintereinander springen. Oh, Mann. I need your little bit skill. Ja. Und hops. Und hops. Ja. Nice. Verdammt. Ich war schon soweit. Irgendwann lernt man's auswendig. Kacke. Das war zu nah dran. Irgendwann. Verdammt. Schlecht geklickt. Ich war, glaube ich, schon fast über die Hälfte. Ich bin so fast. Und so schwer ist das nicht. Es ging hin. Guck. Da. Kacke. Nein. Verdammt. Platz im Weg. Verdammt, so Dämonen. Verdammt! Ich hab mich nicht treffen lassen. Na, komm. Verdammt, das haben wir schon besser gemacht. Verdammt, wenn man auch der eine Dämonen ist. Concentration. Die Flüchte, wir können nicht weitermachen, bevor das Spiel nicht überleben wird. Das Level hier müssen wir überleben. Doppelsprung. Ups, verdammt, verdammt, verdammt. Doppelsprung. Du musst beherrschen. Hops. Dich noch. Und zack. Und zack. Und in den Schwung. Verdammt. Immer den Mauszeiger. Immer hier. Auf der linken Taste drauf. Durchatmen. Das schaffst du. Na, komm. Ich war gar nicht mal so weit. Es hat noch ein bisschen... Hatte schon ein Schwierigkeitslevel. Wir müssen es erst noch schaffen. Ich würde dann nicht mal aufzunehmen, vielleicht. Was mit dem Moderieren ist... Gleichzeitig moderieren, gleichzeitig hüpfen. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Es lenkt auch ein bisschen ab. Konzentriere ich mich aufs Gameplay. Rek. Rek. Träger. Spannende Musik Dann kommen wir jetzt nicht weiter, oder? Das bringt wahrscheinlich nix. Müssen wir erst das Level abhandeln, was wir davor hatten? Dann kriegen wir die Flügel geschenkt, oder was? Flammt! EXP-Land! So, Dreck! Ich bin zu schlecht dafür. Aber reicht mein Skill nicht aus. Sterbt doch kein Damm! Oh Mann! Ach, so schnell kann man nicht springen. Irgendwie muss das doch machbar sein. Verdammt! Dreck! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.